so weiter geht es jetzt erstens quit und eigentlich schon wollte die mission machen aber mal gucken muss vielleicht sogar noch nebenbei anscheinend ich kann ja hochgeben kann ich immer das dach das ist das richtige war der ganze schöne vier strecken weiter also schöne viele große strecken schöne große strecken über brücken wir wollen ja level 6 werden unser ziel das ist zumindest unser nächstes großes ziel die feine dass ich jetzt gerade mal ein bisschen außen vor die wird wahrscheinlich weniger werden wenn man dann die gebiete haben dazu brauchen aber noch ein bisschen so gute 200 meter machen so schön da hoch was ist denn das hier nebenan ist das nicht in der fabrik oder hat das mit der mission zu tun das ist eine fabrik jo dann machen wir das als erstes ach gott ja gut dann muss ich mich nur gerade ein bisschen orientieren weil ja den kopf kann ich nicht töten das ist natürlich dass ich jetzt jetzt mal hier runter muss während die kopf natürlich mir auf den sack gehen gerade wenn der kleine master denn jetzt plötzlich verschwinden kann ich weiß ich kann nicht tatsächlich mit dem vielleicht hilft es wenn wir den kleinen bastarden etwas angst einjagen ich könnte mal zu leben ist einfach dass ich kinder befreien muss und nicht aber ich habe mich Steh jetzt. Sie haben uns gerettet. Ja, ich könnte betten, dass ein paar vermisste Freunde sehr motivieren dürfen. Ja, ich könnte beten, dass ein paar vermisste Freunde sehr wichtig sind. so dann haben wir sie auch schon weg den vorarbeiter ist getötet klar ist ja klar vor allen dingen so dem nehmen wir mit den lassen noch stehen weil darum steht auf jeden fall noch mit dem um einen bis zwei leute wir machen nur scheiße leute aufgabe gelöst frage ich habe ich schon dass ich ja tatsächlich sogar kein alarm ausgelöst wir haben sogar komplett im links geschafft mit der automativen herausforderung geschafft damit ist der nächste stoppe befreit immer gut wenn wir da ein bisschen dann über das schaffen so eigentlich was anders geplant muss ja nicht mit kutsch oder abgefangen so war schon vor der kutsche das ist doch gut da ist es für mich und weil dann kann ich dich nämlich schön von hinten weg moxen mein freud so warum ich hier groß feiner präsenz hier ist alles okay für euch ja ich muss noch zeit spielen wenn man auch irgendwo massen reichen das war dann was ist hier mit dem helix glitsch wie ich damit können die frage ist wissen wir sehr ganz oben wahrscheinlich da oben ist hier da muss ich wahrscheinlich hier hoch ja weil es jetzt fast gar nicht mehr lohnt immer nur noch ein bisschen aber das ist das ist heute das erste spiel leute jetzt weil ich nicht immer direkt von anfang an so gucken wir mal gerade eben kurz um die verbesserung habe ich da irgendwas machen kann was jetzt gerade für uns und sand wäre okay investieren sie sogar drei ja das ist jetzt keine blöde ich kann mich ja es gibt keine drei jahr gerade hier gibt es vier ja ich wüsste ich könnte ja schnell mit sechs erreichen aber es fehlt halt wie gesagt es fehlt einem einen punkt haben wir noch mal irgendwo was das machen können wir machen jetzt feierabend wir sind in der nächsten folge wieder ich weiß dass es ein bisschen was kurz teilweise aber auch gut okay wir machen sogar nächste folge weiter und dann machen wir die mission und dann kommt man das war die tausende allerdings auch da zusammen zu kriegen und dann sind wir vielleicht sogar schon in der nächsten folge wieder zu hausberg haben bis dahin und tschüss 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 Vielen Dank.